So, aber hier seh ich gerade keine Gühe, nix, ne? Weiss gar net. Gucken mal, wir können ja mal, ähm... Oder wir machen hier ein bisschen Waren weg. Hier, wenn ich jetzt hier so... Glaub ich mal das Erde? Also ich weiss auch nicht, immer wenn ich aufnehme, dann hab ich einen trockenen Hals oder einen Kratzen im Hals. Ich weiss auch nicht, was denn ist das, Leute? Ich weiss auch nicht. Auf Arbeit ist es immer so, dass die Luft so trocken... Dann bist du nur am... Räuspern oder keine Ahnung was, ne? Naja, da bauen wir halt hier so den Zaun her. Wir werden schon irgendwann mal aber Kühe finden, ja? Machen wir aber hier noch ein bisschen, äh, Sand weg. Äh, ich sage Sand. Erde. Blech hier oben. Ja, jedenfalls ist es so, ähm, umso mehr der Blau das ist, ist mir halt der Hals zu trocken. Und auf Arbeit ist es immer so schlimm halt manchmal, dass ich immer eine richtig raue Stimme hat. Es ist immer sofort zu trocken bei uns, ist auf Arbeit. Weil du schon trinkst und machst und tust, aber, hm. Alles ausgedörrt. Gibt ja auch so Luftbefeuchter, ne? So für die Heizung und so und Zeug. Aber, ne, also das kann man da extra noch auf die... Kann man da extra noch hinstellen. Das, äh, geht ja nicht, ne? Müsste sich ja der Arbeitgeber kümmern und nicht, ähm, für Mitarbeiter noch mal leise, ne? Das ist ja auch so, ich weiß nicht. Gibt jetzt gar nichts an. Dann kann man das Loch eigentlich hier, finde ich, gut lassen. Bisschen, oder? Ich weiß nicht. Können sie ein bisschen trinken, oder so? Wir gucken mal. Lassen wir uns halt erst mal das Loch... So schlimm ist es jetzt nicht, hier, finde ich. Können wir erst mal lassen, oder? Wollen wir es zu? Können sie mal alles hin machen, nicht egal. Keine Trauer. Ähm... Ne, dann machen wir einfach jetzt mal hier, ähm... Das ist halt erst mal offen. Hier ist noch ein Stückchen mehr, das sehe ich gerade mal. So, wo haben wir denn jetzt hier so ein Teil hin? So, 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 so... Hier. Gerade hier, wo haust du das jetzt? Jetzt sehen wir das Tier gerade hier. Oh, Moment bitte, komm gleich. Wieder. So, jetzt aber los hier, wir müssen uns endlich entscheiden hier, weil sonst... Ähm, haben wir eine Stunde und wir sind immer nur ums Haus drum gelatscht und haben nichts gebaut. Das geht ja doch gar nicht. Wir machen jetzt hier so, ähm... Mal so... Und wir tun nochmal hier... Das Wasser kann man erst mal lassen. Können wir ja, äh... Äh... Lassen wir erst mal halt. Wir müssen ja nicht sich das komplett hier... Ne? Das mit einzäunen. Dann mach ich das jetzt hier so, genau. Dann muss ich doch halt noch ein paar, ähm... Doch noch bisschen Erde holen hier, ne? Brauch ich noch ein bisschen Erde? Was ist da hier in der Hütte drin, ne? Ich muss mal gucken, eben. Hier haben wir 14 Mal. Da haben wir noch Wassersee, ich gerade. Mal gescheitige Treppen runtergehen, weil irgendwann ist mich meine Rüstung auch mal kaputt. Ich kann mir dann mal zu einer Rüstung leisten. Das geht nicht. Ich hab nicht so viel Geld für eine Rüstung bauen. Hahaha... Also wie Geld. Hahaha... Naja, ist schon wie, ne? So der Galder hier. Nicht schlecht. Ich bin ja mal gespannt, wenn ich jetzt hier... Ähm... Ich hab hier noch keinen Köder gesehen, ne? Echt mal gespannt, wenn ich jetzt hier diese, ähm... Schare und sonstiges Bau, äh... hab... Ob dann denn auch hier so viele Hunde kommen auf einmal. Das wird mich jetzt echt mal interessieren. Bei BS4 hab ich ja mal das Problem, dass ich, ähm... von lauter Hunden immer, ähm... Ja, mich noch mal retten kann. Und meine armen, ähm... Tiere immerzu hier in Gefahr stehen, ne? Also ich hab das echt... Bis jetzt nur weil BS4 erlebt, dass da so viele... Tiere da, also Hunde halt, ne, sind. Und sonst hab ich das eigentlich nirgendwo... gesehen. Das ist die Erde schon alle. Das kann ja mal nicht sein. Kann ja mal nicht sein, hier! Ist das dunkel, oder was? Ne, es geht noch gut. Ist egal, ich sag dir eins, geh mir ja nicht hier an meine... Fülle rein, weil das ist, äh, nämlich mein Quartier. Und da hast du nichts zu suchen. So, und ich hoffe dann auch, dass ich ein paar Kühe finde. Ich seh mich im Moment nur Pferde halt, ne? Und, hm... Mein Pferd ist zwar auch schön, aber... Ich hab keine Goldnuggets, oder irgendwas, um Pferde jetzt zu zähmen, hier. Machen wir gleich hier auch noch ein bisschen Erde hin. Das schadet jetzt nicht so genau, äh, nicht so wirklich. Ist zwar ein bisschen blöd mit dieser Stufe hier, aber... Geht schon. So, guck dir mal, da haben wir doch eigentlich jetzt einen guten, äh, großen... Kuhstall, oder? Wow, so. Zack. Ähm, da können wir ja hier dann die Türe hier vorne reinbauen. Okay, warte mal. Äh, eins, zwei... Zack. Also jetzt, äh... Machen wir's halt so... Und das da hin. So, ich hab ja noch mal Fackeln, seh ich gerade. Jetzt hab ich natürlich ein Gaul eingeschlossen. Das ist nicht schlecht, ne? Ich wollte eigentlich keinen Gaul haben. Ich wollte eigentlich Kühe haben. Hm. Bescheuert, ey. Echt. So, ich hoff bloß, dass dann auch dieses, ähm... diese Kuh hier hinauf geht, ne? Oh, hier hab ich noch... Stück Zaun vergessen. Seh ich gerade. So, perfekt. Juhu. Perfekt. So, da können wir ja... Da machen wir hier noch ein Lichtler... Lichtler her. Äh... Ja, fertig weiß ich es auch, ne? Bleibst du hier, oder... Ich will jetzt wissen, ne? Was du machst. Brauchen wir noch ein bisschen bisschen Fleisch hier. Das sehe ich schon, ich hab wieder ein bisschen Hunger. Und dann können wir ja mal gucken. Für Kühe brauchen wir, ähm... Weizen. Das wir schon mal nach Kühen gucken, wa? Das war ja mal cool, ey. Weil da haben wir noch ein bisschen Leder wieder. Und dann kann man dann wieder ein bisschen, äh... Bücherregale bauen. Ich hoffe, ich hab mich jetzt gemerkt, wie ich das machen muss. Müssen wir mal schauen. Da steht die Sonne. Da oben. Und das Schöne ist hier auch bei der BS4-Version... Meine kühle PC-Version. Wir können, äh... Strohballen bauen, Leute. Strohballen. Okay. Jetzt kommen wir eben mal hier noch Kühen. Weil... Bisschen brauchen wir Kühe. Ich will auch den Kühen wieder ein bisschen Wasser dann... In's, ähm... In den Stall... Eben und so. Ihr wisst schon. Also im Moment sind hier nur... Pferde über Pferde, ne? Das ist natürlich jetzt... Oh, hier unten ist doch eine Kuh, oder? Jaaa... Das ist ein Pferd. Da ist auch eine Kuh, seh ich gerade. Also ich könnte hier Pferde zähmen, bis zum Umfallen, aber... Ich hab gar keinen Bock an Pferde zähmen. Wir müssen jetzt diese Kuh hin. Ich hab eben die Kuh gesehen. Was drin denn hier hinten? Was drin denn hier hinten? Da drin irgend so ein Zombie rum. Und da wollen wir mal gucken, wo ist jetzt die Kuh hin? Ah, hier ist sie. Jawoll. Komm mal mit, mein Bruder. Komm. Elsa. Elsa. Komm. Elsa. Ist egal wie, ne? Wo ist denn jetzt hin? Ach, hier. Komm, mein Bruder. Ich hab hinten da irgendwo nix sehen, aber... Jetzt hoch, ne? Komm. Ich nehm erstmal dich mit. Komm. Elsa, komm. Komm. Komm, es wird nämlich was dunkel. Warte mal, hinten ist doch noch eine Kuh, oder? Ach nee, ist ein Pferd. Oh, guck mal hier. Die wollen, äh... sich steigen. Huhuhuhu. Hahaha. Wahnsinn, wie viel Pferde es gibt hier, oder? Oh, scheiße. Ist ne Höhle. Warte mal. Wir müssen mal. Elsa haben wir ein bisschen hier lang. Komm. Schnell, es wird dunkel. Schnell, es wird dunkel. Ich denke mal, wenn ich mich ein bisschen mehr beschäftige mit, dann kommen auch ein paar Diere mehr, ne? Bei WS4 habt ihr ja gesehen. Die sind ja echt, äh, das ist ja A... Also das ist ja der Zeit oder Hit mit diesen vielen, äh, Dieren, ne? Was da los ist. Ist natürlich jetzt bloß, dass der ja geil da mit drin ist. Kann mich jetzt auch nicht ändern. Komm. Na komm, was will wir dieses Loch hier finden, oder was? Hallo. Pst. Na komm. Hm, das Pferd hat auch gefunden, diesen Gang. Meine Güte. Komm jetzt hier hoch und rin in die Kuh. Ja, los. Und ich finde schon noch eine Kuh für dich. So, pass auf. Jetzt haben wir hier das Pferd hier drin. Das ist natürlich bescheuert, oder? Ich kann es auch nicht reiten. Was tun wir jetzt mit diesem Gaul? Vielleicht kill ich den Gaul, oder? Gibt es auch Pferdefleisch eigentlich? Worte müssen. Ich mach das jetzt mal. Oh ja, guck doch mal. Da gibt es, ähm... Ach, Leder gibt es da auch. Cool. Gut, naja, das ist jetzt nicht so schlimm. Ich meine, ähm... So ist das Leben normal, ne? Also, du bleibst da. Ich kriege dir dann noch ein bisschen Wasser, ähm... Vielleicht sollten wir erst ein bisschen schlafen, oder? Mit diesen vielen, äh... Zombies jetzt hier und so und allen drumherum. Boah, guck mal, wie das bewachsen ist, ey. Oder ist der Hammer, oder? Dass sie bewachsen ist. Leute, Grieber hier und den... Oh, du meine Güte, das war jetzt so knapp, ey. Oh, nein, das ist natürlich jetzt blöd, oder? Verdammt, ich hab keinen Fall einen Bogen dabei. Nichts. Mann, jetzt, Mann, jetzt, Mann, jetzt. Und ein Grieber und... So ein Skelett hier. Oh, Mann. Das ist jetzt blöd. Muss ich jetzt weg hier? Ich muss weg hier, schnell! Uh! Kommen sie nicht mal hier noch mehr her. Boah, ist was geboten hier, Leute. Uh! Hinten ist ein Ohr, halb ein Kuh, aber ey. Spinne, Enderman. Boah, Leute, ist was... Boah, ist was geboten hier? Was ist denn jetzt los hier? Ach, das war mein Korder, okay. Ich dachte schon. Geh ich halt hier in die Hüte der Weile rein, meine Güte. So, das Wasser hier nehme ich mal mit hier. Ja, und wir können, ähm, auf alle Fälle hier so einen Strohballen bauen, ne? Perfekt, das ist cool. Dann machen wir nämlich mal, äh... Können wir ruhig zwei Stück machen. Und da haben die nämlich, ähm, schönes Zuhause.